ARD Text im Auftrag von Funk Das klappt ja super Mit Entenmarsch höher Jo, das war's LOL Stellt ja mal die Bude durch, ist nicht ganz sauber Zack, das brauchen wir aber irgendwo noch Ah, da sind wir Aber wo? Irgendwo ist auch noch Meeensch Irgendwo sind doch noch die anderen Sachen, die wir auch noch alle machen müssen Also irgendwie Seh ich hier grad nichts mehr Da Ist noch was? Stimmt Nö, haben wir auch noch nicht Könnten wir uns natürlich noch Helikopter ziehen Oh Gott, echt jetzt haben wir die letzten Kinder damit aufgehalten Alter Oh Oh ey Zack 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 So jetzt aber hacken, komm Licker hacking Ich verlegen Ich verlegen ob wir uns den Helikopter Ah, wir schlapp uns den Helikopter Und fliegen da hinten Wir fliegen einfach hoch und gucken uns das mal von oben an Hallo Was für ein Müll Was für ein Müll So Schauen wir uns auch von oben an Da hinten Da hinten ist sie jetzt schon Wo war jetzt die andere? Da ist der andere Da ist mir egal Das ist mir egal Das ist mir egal Das ist mir egal Dummeer Saudi So Sag mal Hallo Was denn da? Mal getroffen Wir brauchen ja nicht alle Wir haben ja einige Flugabwehrraketen Wir brauchen jetzt triggend Was sind jetzt Dinger? Wo sind die? Ja und nochmal helfen wir uns noch ein bisschen Ja Bum Bum Das sollte ich mir leicht lieber lassen Und dann schlapp ich auch gleich noch ein bisschen Hier Zentral Wir schicken Bodentruppen zu eurer Position Ja macht mal Macht mal Gen dir Wow Was war denn das? Was war denn das? Heilige Mutter Gottes Da haben sie dann getroffen Alter, ist da richtig was weggeholt, aber das sind die letzten Sachen nicht, ich sehe die letzten Sachen, ja, dort unten spack ich wieder rum, ich weiß nicht, was uns da gerade gehört hat, wow, alter, zieht das zu Hause oder was? Hm, vielleicht bin ich auch gerade echt nöhn, aber ich finde es nicht, meine Güte, meine Güte, also hier habe ich was kaputt geschossen vorhin, das war ja gut gekommen, joh, übertreibst Wir schicken ein Helikopter ins Zielgebiet. Verstand. Verstärkung ist unterwegs. Oh, ist gut. Ich sehe es nicht. Da ist was. Okay. Da. Ich denke es. Jetzt erstmal das Ding hier. So, schneller holen. Für uns aktivieren. Und dann dorthin dort. Da ist es. Da ist das letzte. Das letzte Fall in der Puzzle-Pile. Das letzte Fall in der Puzzle-Pile. Zack. 1 und Nummer 2 und Nummer 3 Hallo. Hallo. Wir haben die Siedlung eingenommen. Wow. Drei Parts. Und dieses Fahrzeug. Vergeschaltet. Herdewind. Und Hafen-Alarm. Herausforderung. Wurz-Wahnsinn. Die Siedlung befreit. Die Siedlung befreit. Diese. Grebelhook-Mission. Auf die ich schon seit. Weiß ich nicht wieviel Jahre warte. Wurz-Wahnsinn. Werden wir uns jetzt mal noch schnell zu Gemüte führen. Jaaaa. Wir haben die Quebelhook-Mission. Damit wir unseren Grebelhooker vielleicht etwas stärker machen können. Mal schauen was es ist. Ob es stärker machen ist. Oder mal mehr bekommen. Natürlich sind wir, wenn wir 4 nehmen können, auch. Ist das auch stärker. Das steht hier von selbst. Tudu. 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 Hallo Bürger. Porto Wiener wurde an einen noch unbekannten Ort verlegt. Also, seid nicht überrascht, wenn ihr es am bisherigen Platz nicht mehr findet. Jaaaa. Jaaaa. Das ist das Tagwerk des Ministeriums für Verschönerung. Jaaaa. Wenn wir es doch stört haben. Könnt ihr das auch brauchen. Viva Medici. Mh. Natürlich. Das war eigentlich das Telefon. Also das Radio. Was kaputt. Also was gegen uns ist. Was von der Regierung ist. Und die sagen natürlich, dass das alles nicht. Wegen uns war. Sondern die Regierung will das machen. Damit die Leute, die Bürger nicht mitbekommen, dass eine Rebellenarmee. Auf dem Weg ist. Um sie zu befreien. Ich bin sowas von bereit. Besteigen. Besteigen. Besteigen ist das sehr gerne. So. Die. Die. Google-Litten dran. Und dann. We love Katamarien. Lalalalalalala. Lalalalalalalalala. Ich guck was wir zu machen. Sondern anscheinend müssen wir hier. Brocken aufsammeln. Ah. Magnet ein oder aus. Okay. Magnet es an. Zack. Jetzt geht aber ab, ja. Bonus gibt's auch, natürlich. Zack. Bavarium. Wir holen uns das Gute, der Bavarium. Wow, wir müssen langsam machen. Wir dürfen nicht zu schnell fahren, weil sonst schlenken wir das richtig ab. Und das wäre eigentlich Sinn und Zweck dieser Mission. Ja. Wack, wir haben ein bisschen mehr zu holen. Jetzt holen wir uns doch so unten. Hup. Hup. So, wir werden uns alle schön mitnehmen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ganz langsam machen. Aber ganz viel Zeit. Ganz viel Zeit. Wenn wir hier zu schnell ist. Habt ihr ja schon gesehen? Schlenker bleibt alles drüber. Und das wäre jetzt nicht. Blöd. Oh ja. Hat's gemacht. Oh ja. So, wir werden mit langsam. Und jetzt noch viel mehr holen. Und dann zurück. Jo, also das ist ein Kollege. Jetzt gehen die mir nur noch ein bisschen. Jetzt gehen die mir schon wieder raus. Jetzt ist das abgeladen. Jo. Ist klar. Jo. Natürlich. Tschüss. 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 Zaaack. Vielleicht das nächste Halten. Und da ist noch GANZ viel von dem Verwagen im Zeug. Wow, hier ist eine ganze Halle voll. So viel. Irgendwann muss ich vielleicht mal runter oder ein bisschen drauf pissen. Wow, so viel. Ist sehr viel. Och, schade. Das habe ich alles verfliegen. Hätte ich gar nicht die 10.000 mitgenommen haben. Wifel wieder voll! Checktes. Durch diesen Atomfilms an Verdeel. Von dem Films war für Du, masler. Das ist echt ein richtig krasser Scheint.